Und Control! So hallöchen liebe CSGO-Gemeinde, mein Name ist AK von Camp David, ja wir sind hier direkt von Camp David, Moment, ich muss wieder kurz meine, meine USB war gerade ein bisschen ziemlich stark, weil ich war halt mega am killen gewesen, ganz klarer Fall, und ja, und wir wollen jetzt wieder ein bisschen Wingman machen, Moment, ich muss kurz mal durchrufen, ja, alles klar, wir sind jetzt unterwegs gleich, ja, alles klar, ja, ja, zu zweit, ja, Spezialeinheit, ja, Spezialeinheit, ja, wir werden gebraucht, von wo? Ja, wir werden mit, mit Hubschrauber kommen, ne, wir kommen mit Wagen, wir kommen mit Wagen, Einsatzwagen, ja, okay, ja, bis später, tschö, so, ihr habt durchgegeben, dass wir unterwegs sind, ähm, Wingman, wir machen Wingman mit Kameraden, Kumpel, ich geh mal zum DS erstmal, so, und mitmacht Wingman ist, ist sowas, das ist diesmal mit am Start, ist sowas, kannst du mich hören, ist sowas, ist sowas, wir warten schon lange, wir wollen ungefähr seit geführten 5000 Jahren, wollten wir schon zusammen was spielen, jetzt haben wir es endlich mal wieder geschafft, geschafft nach einer lichtumbrechenden Geschwindigkeit, endlich mal, und wir wollen Wingman machen, weil es ist schon spät gerade um die Uhrzeit, und deswegen kriegen wir vielleicht keine 5 voll, weiß nicht, oder hier, für die Leute im Chat, ähm, ähm, gibt's genug Leute, um ein Matchmaking zu machen, also wir wollen aber erstmal trotzdem Wingman machen, wir können ja danach noch, sollten mehr Leute mitmachen wollen, macht mal ein Pluszeichen, wer ein Matchmaking machen will, okay, ansonsten machen wir trotzdem erstmal Wingman, dass wir mal so Wingman im Kasten haben, mit Mr.Woss sozusagen, so, das haben wir, ich hoffe, es leckt jetzt nicht so übel, weil, wie gesagt, zur Zeit ist wieder lecky Zeit, weil die updaten und bla bla, also, wundert euch nicht für die YouTube-Leute, wenn es wieder mördermäßig rumleckt, das ist diese Phase, da müssen wir wieder mal durch, für die nächsten 10 Jahre, oder so, so, ähm, Ich schalte mir erstmal um, achso, hast du mich eingeladen? Ähm, ich bin ja bei dir in der Lobby, wie, du bist in meiner Lobby, ich hab gar keine Lobby, irgendwie schon, was, echt jetzt, ich hab ne Lobby, alter, hey Leute, ich krieg bei dem neuen System auch nicht irgendwie durch, keine Ahnung, cool, ich hab ne Lobby, Warum hab ich da in der, ne, das ist aber die falsche Lobby, ne, warte mal, warte mal, ich, warte mal, ich, Falsche Lobby, in der Lobby, wo wir hin mussten, da hab ich ein AK, Digga, natürlich, wir kriegen jetzt, wegen mir kriegen wir jetzt Ärger, Warte mal, ich geh mal kurz hier raus, sonst ist es immer umgekehrt, dass wir wegen den anderen, dass ich immer wegen den anderen Leuten ärgere, jetzt kriegt man wegen mir Ärger, weil ich es AK habe, Na ja, ist ja auch mal schön, dass ich sagen kann, tut mir leid, dass mein Rang so hoch ist. Tut mir leid, ist doch was, dass mein Rang so hoch ist. So, ich müsste erst installieren und das dauert. Mensch, das musst du am Start haben. Musst erst installieren. Das musst du am Start haben, Mensch. Und Stefan, wer will denn jetzt alles Matchmaking machen? Mach mal ein Pluszeichen, Mann. Fabila Gang. So, ist das, was machst du jetzt? Ja, ich hätte dich eingeladen. Achso. Du hast mich da eingeladen. So, bin ich da? Ja. Du bist da. Das wird schwer. Quatsch. Ich würde gerne Inferno spielen. Mach, wir können alle spielen, was du willst. Jetzt außer Nuke. Nuke ist kaputt. Skyrim macht ein Plus und Sveiny. Glaub ich, kennen wir Sveiny? Ist das unser Sveiny, den wir kennen oder ist das ein anderer Sveiny? Gib jetzt mal veröffentlicht. Ist das Sveiny, Sveiny, Sveiny oder Sveiny, Sveiny? Oder ist das ein anderer Sveiny? Sveiny, Sveiny, Sveiny? Ich habe CSGO wieder runtergeschmissen und bin Silber. Na, schwach. Schwach. Ja, ich bin unranked. Ich bin unranked. Also, nur eine Karte ist sowas? Willst du nicht noch welche dazunehmen, so mutig? Erstmal lieber Inferno. Okay. Da kenne ich mich ein bisschen aus. Und hier, Mioli. Mioli. Gefallen. Oder? Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Morgen, Morgen. Nee, nee. Ich glaube, du meinst schon mich. Meinst du, meinst du? Du meinst du, meinst du? Das ich meinst, 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 wie du meinst. Meinst und meinst. Natürlich meinst du. Meinst du? Hier. Na, hoffentlich. Wann mal, wie spielt Thomas überhaupt? Ist es 6 Uhr 4? Ja, zwei Minuten davor, Gott sei Dank. Aber ich habe auch bewusst geguckt. Wenn ich jetzt nicht bewusst geguckt hätte, dann wäre es bestimmt 6 Uhr 6 gewesen. So, aber ich habe zwei Minuten vorher geguckt. Yes! So, und normalerweise sagen wir mal, zwischen 5 und 6 sollte man nicht spielen. Aber es ist ja schon vier Minuten nach 6. Von daher. Aber wenn nichts kommt, ist es doch was, müssen wir vielleicht andere Karten mit reinnehmen. Ja, okay. Also, das würde heißen, Sky mitmacht mit Sweeney. Ist es doch was, würdest du auch Matchmaking mitmachen? Ja, warum nicht? Dann wären wir zu viert, dann würde uns nur noch einer fehlen. Wer will denn Matchmaking machen, Leute? Match. May. King. King. Match. May. King. Na ja, da ist der King schon im Wort mit drin, ne? Hm. Ja. Also, wer will King sein, wer will King sein, wer will mitmachen? Wer will bei den Kings mitspielen? Wissen Sie was, deine Inferno-Karte will nicht so richtig sich activated machen. In der Ruhe liegt die Kraft. Echt jetzt? Ja. Okay, 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 okay. Genau, ein kleines bisschen und dann mache ich die Karte noch mit rein. Was willst du noch mit rein machen? Eine andere Karte. Ah. Welche denn so? Hast du schon so eine Vorstellung, was du noch rein machen willst? Ähm, Rialto oder wie das heißt? Rialto, das Kennels-Ding sozusagen. Ja. Das traust du dir zu, das ist aber schwierig. Das stimmt. Also, dann ist leichter, leichter du nimmst, äh... Lass mich mal überlegen, was ist denn das, was gibt's denn noch? Äh, hier, DUST 1, die DUST 1 Karte. Ach, du großter Gott. Die ist einfacher. Die DUST 1 ist einfacher wie Rialto, weil da hast du mit Dachkampf und sowas alles. Also, da hast du wesentlich mehr Nischen und Ecken, wo was passieren kann. Da ist die DUST 1, die kennst du wahrscheinlich besser als diese Rialto-Dings. Oder wir machen... Was hältst du von Overpass? Nein, ich bin nicht... Kein Problem, Digga, ich bin überall dabei, Mann. Bup, bup, bup. Mach noch mehr Druck, sagt Will. Wie, wie, was meinst du mit mehr Druck? Druck. Druck. Druck, komm, wir machen, wir machen. Bum, 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 was ist das? Noch mehr Druck. Hallo, mein Name ist Goldnummer 2. Na, schwach. Schwach. Hier, bumm, bumm, willst du mitspielen? Dann wären wir fünf, dann wären wir fünf Leute. Fünf Freunde, das sind wir, Timmy, Struppi und der Hund. Und dann sind wir hier alle. Wir fahren mit dem Fahrrad. Cool, wie du es dir so mit den Glitzerzeugen hast. Guck mal, wie es so schön glitzert dir so glitzert. Findest du dieses neue System, was die bei Go gemacht haben, gut? Was meinst du mit neues System? Ja, halt. Durch das Erklären. Das mit der Anzeige halt. Für die Freunde sind und so weiter. Ich weiß nicht. Oder meinst du mit Nuke im Hintergrund? Nein, jetzt, wenn du einfach nur Go startest und so und dann in der Lobby bist, sozusagen. Weißt du, was ich meine? Ja, also... Rechts hast du ja dann, wenn, hast du deine Freundesliste und links hast du ja dann hier. Ja, ich gewöhne mich langsam dran, also ich gewöhne mich langsam dran, was aber absoluten... Praktisch von 100% zieht praktisch 90% ab, weil Nuke Hintergrundbild ist. Ja, das zieht praktisch 90% von den positiven, wenn 100% positiv sind, werden leider 90% von dem Nuke Hintergrundbild abgezogen. Oh, es geht los. Ähm, ich brauche einen Smurf, um kurz... Was kommt? Das habe ich nicht aufgepasst. Oh, Metall Overpace. Ich muss erst mal testen, ob ich überhaupt noch was treffe. Ach, mach dir nichts draus. Ich treffe auch nichts, Mann. Also, pff. Und bumsebum, macht der jetzt mit, oder nicht? Und hier weiße Schrift, gefeift. Da sagt immer, cosy, weiße Schrift. Pabilla, Gang. Pabilla. Ich bin wieder auf den Kaufling rausgelaufen. Ein Millimeter, das tut. Man muss nur erstmal gucken. Boah, den Sprung hat man voll gehört bis zum Mond, Mann. Und das Wasser hat man bestimmt auch gehört. Überraschung. Okay. Ich glaube, das ist... Hohohohohohoho. Wuuh. Kommt nicht. mit mir los also mein aim hat sich mein aim hat sich deutlich verbessern ja ich würde sagen wir gehen wir gehen gerade ich gehe dann links durch den tunnel ja ne ich gehe links dann der eine rusht jetzt der kommt jetzt guck mal er zuckt noch hat noch gezuckt ja so schnell gezogen der ist so schnell gestorben das hatte noch zucken nur noch gezuckt hat danach ich habe ja nur noch sechs leben man weil den habe ich gekillt kann oder er war so schnell tot er hat das gar nicht mitbekommen Cosima wird besser ich werde besser und besser und unberechenbarer und tödlicher und tödlicher ok ja ich würde sagen noch mal echo und dann gehen wir mal wird bestimmt von hinten jetzt kommen jetzt ist der tiger ok wir sollten von rechts wenn du gerade ausgehst solltest du irgendwas mit smoke vielleicht alles mögliche ansonsten wird's aua ja deswegen sollten wir da vielleicht irgendwie so ein bisschen strategie machen das hat mir getan die rechnen damit dass du von da kommst die haben abgesmogt und so das ja die das alle das 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 auch und Ah, mit... Ich bin nicht so richtig klar gekommen mit der Waffe gerade. Ah, ist ja nicht so schlimm. Ey, ein Bot vorhin nicht. Nee, Übung nennt man das. Kriegsspiel heißt das. Ja, wir müssen irgendwas... Wir müssen irgendwas tricksen, Mann. Wir müssen... Ich muss gleich mal eine Ecke holen, dass ich mal an das Equipment bekomme hier. Das liegt daran, weil du AK hast, Mann. Nee, hier hab ich Gold 4. Ja, er wirft ihn nicht. Oh, ich hab daneben geschossen, Mann. Du hast ihn hier, AK. Ja, ja, Mann. Ich hab aber auch ein bisschen Unglück, muss man dazu sagen. Ah, scheiße, ich wollte ja eine Ecke holen. Okay, warte. Jetzt gucken wir mal, wir warten erst mal ab. Genau, vielleicht pushen sie ja mal ein bisschen. Lass mal ein bisschen locker machen. Okay, einen hast du? Man hört die Scopen, Mann. Der wird bestimmt oben Haven sein. Der ist bestimmt 100 pro Haven. Der hat noch... Der hat noch... Ich hab ihn gesehen, ich hab ihn gesehen. FVP. Der schießt mit so einer Dings, oder? Nein, das ist meine Afe genommen. Ich weiß es nicht mehr. Rechts unten. Der ist im Tunnel. Der hat mich umlaufen, oder? Wir brauchen halt die Bombe und wir haben noch 13 Sekunden. Scheiße! Ach, kacke. Wo ist der Vogel, Mann? Wo ist er? Alter, war er gewesen, Mann. Ah, kacke, Mann. Junge, da ist bis zum Platz zurückgelaufen. Und die Kohle reicht nicht. Nee, leider nicht. Ah, wir haben schlechtes... Wir haben schlechtes Management mit der Kohle gemacht. Jetzt zahlen wir die Rechnung dafür. Machen wir mal eine Ecke runter machen. Ah, wir haben schlechtes Management mit der Kohle gemacht. Das Ding ist aber voll abgelost, Mann. Das haben wir so übelst abgelost. Das ist... Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Das ist echt mega scheiße. Und das haben sie gut gesmogt. Wow, die haben alles gut gesmogt. Keiner hat nur noch... Äh, H-Fett-Spiel. Ich bin zu nervös. Ich bin zu nervös. Im Dead... Bei den Kriegsspiele wäre ich schon tot gewesen, Mann. Scheiße, ich bin zu nervös. Ah. Ich bin zu, Mann. Ich bin zu wenn... Eine Minute? Eine Minute? Ah, der ist direkt gegenüber. Nein, ich schieße um ihn drumherum wieder. Ich hatte ihn. Der wäre so easy, der Kill gewesen, Mann. Der wäre so easy, der Kill. Und ich kacke voll ab, Mann. Wir brauchen das hier jetzt so. Jetzt habe ich die Schnauze voll. Das ist mir einfach links rein und dann einfach rushen. Hier, das ist so. Meine Fresse, war das ungelost, Junge. Ich habe eine Blendgranate, habe ich eine Blendgranate? Keine Chance. Oh, Mann. Ja, gut, ne. Unentschieden können wir noch machen. Nee, es ist zu viel rumgelost. Unentschieden können. Nein, ich habe schon lange. Habe ich eigentlich schon einen Kill gemacht? Ja, toll. Eigenkill. Boah, ich mache mal weiter. Ich mache mal weiter. Ich bleibe bei deiner USP. Flashbang. Flashbang. Oh, die machen... Der Trick ist gut. Alter, die schießen über die Dings. Oh, Mann. Die sind auf jeden Fall ein gutes Team. Und die kennen sich besser. Die haben die guten Tricks drauf. Die haben die guten... Die haben die guten Tricks drauf. Ah, jetzt weiß ich auch, warum so die Fresse vollkommen. Die hat oben über die Mauer geschossen, Junge. Und das machen, wie gesagt, das machen nur die schon ein bisschen länger, länger als hier das Go-Spielen. Die Amateure machen das nicht. Scheiße, die sind auf jeden Fall erfahrener, Mann. Na ja, das ist ja klar, wenn die erfahren. Aber wir haben einen, den haben wir geholt. Beide vorne, guck mal. Nicht zu null. Das ist die Hauptsache. Ich gehe jetzt nach oben. Wir machen jetzt mal ein bisschen auf Akku. Komm, die kommen. Wollen wir da an? Verschieben. Okay, ich gehe wieder. Diesmal werde ich nicht oben sein, was sie damit rechnen. Gehe, gehe, gehe. Da kommt noch einer. Und wo kommt er? Der ist schon am Eck. Der ist schon. Der ist schon am Eck. Bomb has been planted Debuting the bomb All 800 terrorists! Oh! Ha! 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 Es wird es heist in der Stadt! Achtung, Flash in deine Richtung Na, du hast ein Schwein, Alter, Mann! Egal, war trotzdem gut Wir haben gut aufgeholt, oder? Ja In manchen Runden war ein bisschen unlucky, aber war ganz gut Na ja, Mann, das war irgendwie so Und Luise, noch mal Ey, Luise ist wieder wach Und Miki, oder so Machen wir noch eine Runde, oder? Ja, können wir machen Wir können auch Mit fünf Leuten spielen Ja, lass noch eine biegen, dann kommen Zwei müssen wir schon bringen Okay Ich verliere dann zwar meinen AK, ist aber nicht schlimm So, jetzt haben wir ja Overpass gespielt, dann können wir die hier rausnehmen, ja? Ja, mach mal Inferno Dann haben wir jetzt Inferno Dann Shorttest Und Komm, wir versuchen mal Rialto, okay? Für mich kein Problem Für mich kein Problem Ja, ich würde das gerne mal probieren Mach mal Fabyla Gang Fabyla Gang Fabyla Gang Ding schreibt irgendwas mit CSGO, Mastin Was heißt das? Nicht wach auf der Autobahn Was, Luise? Auf der Autobahn Da 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 Autobahn Da fährt Luise mit dem Auto rum Auf der Autobahn Ja Cool, man Kommst du zu mir, Luise? Jetzt bist du unterwegs zu mir? Auf der Autobahn Fährt Luise zu der Cosima Lalalalalala Autobahn Cosima fährt zu Luise fährt zu Cosima Ding sagt Main Wo ist Main? Main Alles Main Das ist alles Main Main, wie singt und lacht Wie heißt der Song? Der heißt Luise, der Song Der Song heißt Luise auf der Autobahn CSGO Main Was meinst du mit Main? Ja, was Main? Ja, am liebsten spiele ich Aini und Ari Wenn du das meinst So, jetzt kommt Shutters Jetzt kannst du mal richtig Shuttersen Shutters Guck mal, es ist 5.25 Uhr Echt jetzt? Nee, warte mal 6.25 Uhr Ich dachte schon Eine Minute später wäre es 6.26 Uhr gewesen Früher, aber später So Naja Ich hab's mit den Uhr CSGO Pro Ja Au Jetzt wird's mit deiner Maus los Ich hab voll die Optik grad gehabt You said me, name is free Ich mag die Dust Ich träum von ihr Huch, ach da Achso Mensch, was machst du denn? Ich schieß euch alle tot jetzt, man Dann kann ich keine Fehler machen Ich schieß euch einfach alle tot Huch Das war nur ein Test NENE Wuff wuff Ich habe den Kopf geschehen. Ich habe den Kopf geschehen. Ich habe den Kopf geschehen. Oh Mann, das sind wieder unsterbliche Gegner. Scheiße, Mann. Oh Mann, das wird hart. Ich muss denn da noch zurechtfinden. Das ist ja quasi ein neues Game. Wo ist ein neues Game? Hä, ich kann nichts kaufen. Ach so, weil, manch, ich dachte gerade, ich dachte gerade, das geht los und ich kann nichts kaufen, Mann. Scheiße, ich bin verwirrt. Leute, es wird gefährlich. Ich bin verwirrt. Wisst ihr was, du musst jetzt aufpassen. Ich bin verwirrt. Es kann sein, dass ich dich sonst töte. Wenn ich verwirrt bin, töte ich alles, was mir in die Quere kommt. Komm, 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 komm. Soll ich geh hier die Treppe hoch? Ja. Ich blende die Augen. Einer war außen. Könnte Treppen kommen? Über unsere Treppen. Oh, der Kau, jetzt hab ich mich voll erschrocken gerade. Nachdem du Treppen gesagt hast, kam er dann auch. Ich hab nicht damit gerechnet, dass er kommt. Diko ist auf. Oh, Gott sei Dank, Mann. Und Gott sei Dank, kann man die Bombe geblendet werden. Ja. CSQ, meine ich. Ja, so. Ja, das ist völlig neues Spiel, CSQ. Das ist richtig. So. Oh. Okay. Okay, Mann. Ich geh wieder Treppen. Neue MP jetzt. Oh, du bist so schnell. Oh, ich hab mich nicht umschneppet. Oh, ich hab mich umschneppet. Keine andere vernünftige Waffe für mich. Ich grebe mich ab. Let's go, let's go. Ja, ja, ja. Lamsang, Lamsang, Lamsang. Achtung, Flash. Go. Planten. Oh, wieder die Bombe geplantet. Bleib nur da, bist du noch da, ja. Ich komme von hinten. Versuch zu überleben, okay? Das war zu hektisch. Dass ich den jetzt getroffen habe, war echt eine Sensation gerade. Okay, das hat schon mal geklappt. Nächster Schritt nehmen wir mit. Okay, gleiche Party wieder. Go, go, go. Jo, jo, jo. Terroristen gewinnen. Alter. Haben die eine schöne Waffe, ne? Ich dachte, die bringen mir mal eine USP mit oder so. Aber nee. Ich dachte, keiner bringt mal eine USP mit. Weißt du, ich kaufe hier nur vom feinsten Equipment und die bringen mir keine USP mit. Let's go, mein Bruder. Und du, Isel, du sollst deinem Autofahren aufpassen. Die guckt dir mir auf den Mund. Verstehst du? Verstehst du? Warte, hier vorne so. Ja, gut. Ah, schön gesmoged. Bist du tot, ne, oder? Und, hab ich geplantet? Mann, scheiße zu spät. Oh, ist auch mal abgelöst. Oh, ich hab dich geplant. Aber es funktioniert, Mann. Gib's doch mal jetzt mir endlich mein Messer, Mann. Move, 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 move. Und, gesmoged, gut. Ah, schön gesmoged. Und, dann die alle. Achtung, einer kommt rechts. Ah, schade. Okay, wir machen jetzt einen auf Fernkameraden. Wir machen mal einen auf Easy Fernkameraden. Warte, nimm du die Bombe. Ach. Oh, scheiße. Warte mal so ruhig. Mach nicht so einen Stress. Okay, mach langsam. Eine Minute haben wir. Super, wo sind denn die wieder? Oh, mein Gott. Wo sind sie? Außen ist einer. Wo denn? Ja, da, rechts. Ach, Mann. Rechts meiner. Warum muss ich eigentlich diese Waffe benutzen? Ich kann damit nicht umgehen. Wo steht der jetzt? Da, wo bist du gestaunt? Ja, wenn du jetzt links gehst. Ah, Mann. Ey, ich erschrecke mich jedes Mal. Warte, du Scheiße. Und wenn ich mich erschrecke, dann schieße ich daneben. Das ist ja nicht so schlimm. Doch. Ich muss alle töten. Ich bin ein Killer, Mann. Also, die Zaka-Variante funktioniert nicht. Wir müssen die Hardcore-Variante wieder machen. Achtung, ich smoke den Gang. Nicht. Ich smoke den Gang leider nicht. Das ist nicht so schlimm. Die muss man sich ablenken, um nichts einzuschlafen. Ja, aber du musst doch Auto fahren. Und Bullets hier gefeift. Oh, ich habe keinen Kill, Digga. Ich habe ja gar keinen Kill. Das geht gar nicht, Mann. Ich habe keinen Kill. Du kannst mir doch nicht alle Kills klauen. Du bist nicht afraid. Ich denke, dass du die Rutsch-Variante gehst. Was? 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 Ich denke, dass du die Rutsch-Variante gehst. Meinst du? Glaube ich nicht. Ups. Das hat meinen Kollegen geschaffen. Nein. Der hat noch drei HP. Aber einer ist noch. Einer ist noch. Wo ist der? Der andere hat noch 40 HP. Der planten. Wer hat denn, dass er von rechts kommt? Hoffentlich erschrecke ich mich nicht wieder. Er ist rausgerannt. Er ist rausgerannt. Er ist rausgerannt. Er kommt nicht, oder? Hinter dem Loch. Wo denn? Er ist hinter dem Loch. Na, jetzt. Jedes Mal, wenn du die Rutsch-Variante. Naja. Er kommt er wieder raus. Er schafft er ja nicht. Na, ich habe ihn nicht mehr. Die kommen ja so schnell hoch. Ey, der ist schneller. Der war hinten am Arsch der Welt und ist so schnell hochgelaufen, oder was? Oh, Mann. Ich lose voll rum, Mann. Ich will aber nicht rum. Und immer nur diese Dreckswaffen, Mann. Ich will jetzt eine richtige Waffe. Gib mir jetzt irgendeine kackrichtige Waffe, Mann. Ah. Oh, Mann. Ach. Außen. Doch. Hinter dir ist es jetzt. Nice. Na, noch nicht. Nice ist, wenn wir beide tot haben. Nein. Oh, Mann. Ich habe mit denen nicht gerechnet. Ich habe mir erst zu spät gehört. Kam auch ganz leise angeschlichen, Mann. Ach, Mann. Hey, die sind nicht so gut, Mann. Ich kann die schaffen, aber ich lose voll rum. Ich bin zu oft. Keine Ahnung, Mann. Ne, die Scheiße. Ich glaube, die andere drückt besser rein. Ich kann die schaffen, Mann. Ich kann die schaffen. Die pushen beide, die sind beide drin. Einer geht aber außen wieder rum. Na ja, Pimple, ich habe schon gehört. Ich habe ja kein Dings. Das bringt alles nichts. Da lag eine M4, kann es sein? Ne, das war eine. Ah ja, ne, war ich schon sehen. Ich muss eine Eckerunde machen. Dann kriege ich vielleicht eine, kann ich eine M4 kaufen. Und ich kaufe nur eine Weste. Ah, die, 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 die aimen gut ab, Mann. Die aimen gut ab. Er hat mich laufen gehört, natürlich. Und er hat sich Zeit gelassen. Er hat sich Zeit gelassen, gewartet, bis er mich gehört hat. Scheiße. Raus mit dir, genieß den Sonnenaufgang. Er ist ja noch keiner da, du Esel. Du hast eine Awe, oder? Ja. Okay, dann habe ich jetzt auch eine gute Waffe. Jetzt dürfen wir nicht rumlosen, Mann. Ich kaufe mir noch, reicht es noch für eine? Ja, reicht. Und dann noch, äh... Ich kaufe mir noch eine Smoke dazu. Oh, planten können die richtig gut, Mann. Ich habe einen Entschärfungskid, Mann. Ich kaufe mir noch eine Bombe. Ich kaufe mir noch eine Bombe. Ich kaufe mir noch eine Bombe. Ja, aber sie ja wissen, wo die Bombe liegt, deswegen haben sie da hingeaimt. Habe ich nicht. Ich kaufe mir noch eine... Ich kaufe mir noch eine Bombe. Ich kaufe mir noch eine Bombe. Ganz nett, 100 Meter Meter. Oh, Alter, du hast das noch entschärft. Alter, das war auf den letzten Sekunden. Mini-tausendstmilliardstallsekunden oder so was. Alter, Schwede. Das Ding hast du echt in den letzten feuchten Winkel rumgerissen, Junge. Oh, nee, ohne, ohne. Das war echt... Das war jetzt... Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Und sie blenden sehr schnell. Achtung, die kommen beide von unten? Bleib bloß, die kommen da vorne. Die kommen da wahrscheinlich von der Treppe oder sowas. Die aimt immer so gut, der eine. Weißt du nicht, der Samsa, der aimt immer so gut. Oh, warte. Unten? Ja, der ist unten gewesen. Jetzt hat er dich gehört bestimmt. Die hören auch sehr gut. Der hört dich auf jeden Fall. Er hat die Skopen gehört. Sack, der hört gut. Das ist dir ihr bester Mann. Ah ne, die sind beide sehr gut. Das heißt, weil ich so schlecht bin, kriegen wir leider in die Fressung. Ah, ich hab mir nur... Wir brauchen auf jeden Fall eine Diffuse-Kill. Das ist wichtiger jetzt. Das ist der Fall. Lass uns das machen. Achtung, ich hab's Muck geschmissen. Einer hab ich unten gesehen. Einer war unten gewesen. Konzentriere dich, dass du auf einen Punkt irgendwo diffst. Weil die versuchen, möglichst schnell mal die Bombe zu blenden. Ja, die kommen jetzt. Ist er drin? Von wo ist er denn? Dings. Also, rechts von dir. Also, wenn du jetzt hinguckst. Sollte eigentlich jetzt von unten kommen. Von der Leute. Oho. Keine Waffe mitgebracht? Oh, da war ne Ava. Hab ich die gekriegt? Ne, scheiße. Aber ist nicht so schlimm. Doch, ich hätt sie für dich dann mitgebracht. Das ist mein Freund. Das war scheiße, Mann. Das war nicht... Bombe ist da. Ach ja? Hast du noch wo gesehen? Müsste bei mir weiterleiter kommen. Sicher? Also, außen war der auf jeden Fall. Wo hat der mich denn geschossen gerade? Ich bin gerade irgendwo da hinten gestorben. Musst du aufpassen. Du warst so aggressiv. Vielleicht hättest du auf den Platz warten sollen. Haben wir verloren? Ja. Nein. Weißt du, wie viel HP der noch hatte? Sieben. Sieben HP. Oh nein, ich bin runtergerenkt worden. Jetzt bin ich nur noch... Jetzt wird es leichter. Jetzt habe ich nur noch... Nur noch Gold Nova 4. Wollen wir nicht immer mit den anderen spielen? Jetzt wird es leichter. Jetzt bin ich nur noch Gold Nova 4. Jetzt habe ich es geschafft. Das war ich vorher auch schon gewesen. Gold Nova 4. Dann hatte ich kurz mit Barry gespielt, glaube ich. Oder sowas. Und dann bin ich auf einmal hochgerankt worden. Mit auf zu. Total romantisch. Warte mal. Luise fährt auf den Sonnenuntergang zu. Wie lange streamst du schon, Fackbullet? Heute? Weiß nicht. Zeig mal ja. Seit 4 Stunden 56 Minuten. Dann würde ich sagen, beenden wir mal die Aufnahme und dann gucken wir jetzt noch mitmachen, okay? Ja. Okay, Digga. Bis gleich. Und danke erstmal fürs Mitspielen, okay? Ich habe... Oh, oh, warte. Warte, bist du da? Ja. Okay, du wolltest gerade sagen... Was wolltest du sagen? Du wolltest... Ist das was? Ja. Du wolltest sagen... Ich habe gesagt, ich habe zu danken. Genau, genau. So, jetzt, jetzt. Jetzt, jetzt. So. Mensch, so. Witz. Dann würde ich sagen, erst mal beenden wir hier die coole Aufnahme. Ja, gut, zweimal. Aber waren trotzdem tolle Dinger dabei. Und... Der eine hat alles gehört, Mann. Ich habe auch böse, böse Kinderfehler wieder gemacht. Man, ich dachte echt, dass ich auf der Karte, dass ich irgendwie besser bin. Also, weil ich spiele die Karte eigentlich ganz gerne. Und eigentlich ist sie auch einfach. Also, einfacher als die Candles, also die Realte oder sowas. Na, schade, Mann. Ja, ich bin halt kein AK. Also, ich persönlich sehe mich ja immer bei Silber 4 so in dem Dreh. Also, Silber Elite, Silber 4, Silber Elite Master oder sowas. Aber trotzdem war es schön, mal eine Zeit lang dieses AK zu sehen, oder? Ist jetzt leider wieder weg. So, los. Abflugchen. Ja, ich bin halt.